Ich schieße da jetzt einfach mal ein bisschen rein So, endlich haben wir mal ein Level up Mit fast allem Fähigkeiten Was wird denn empfohlen? Sicherheit, nein Heilen, nein Gehen, nehmen wir mal das Empfohlene Die Talente Implantat So Kräfte Töten ist gut Aber langsam auf keinen Fall Das ist die Rettungswürfe Attribute eines Jedi Wir sind kein Jedi, wir sind Sith Angst Langsam, nein Drüben, betäuben, nein Nein Diese Fähigkeit schützt dich vor direkten Machtangriffen Feindlicher Jedi Rettungswürfe So, nehmen wir doch mal ein bisschen Nein, langsam brauchen wir einfach nicht Wir machen Machtwiderstand Wichtig So, dann setzen wir ihm mal ein Implantat ein So Dann gehen wir mal weiter durch die Höhle Ein toter Sith Hallo Credits Nehme ich Hier ist nichts wichtiges Gehen wir weiter Mal gucken, ob es hier so ist Bestimmt tote Oh, Splitterminen So Da sind Sith Schön Und mein Mikro ist an So, speichern wir nochmal Hallo Das sind die komischen Sith-Rebellen Stopp Wer auch immer ihr seid Wir Wir werden nicht in die Akademie zurückkehren Wir eliminieren euch, bevor wir zurückkehren Dann müssen wir das wohl auf die harte Tour machen Eröffnet das Feuer Auf sie Auf sie Wir brauchen So, Talia mal So Vielleicht solltest du den auch nochmal angreifen Hallo Ja, dann kriegst du wenigstens den bitte an Hallo, fähr dich So Soviel zu denen Leute, die dem Sif glauben, anerkennen, aber nicht dem Sifs Sifs folgen Reaktionsimplantat, ey Das ist so uralt Ich weiß, ich hab's grad drin, aber trotzdem Dass man das hier findet Normale Blitzbombe Das hat auf jeden Fall schon mal was gebracht gerade Im Ansehen von Uta Ross So, gehen wir weiter Haben wir hier was? Nein Dann gehen wir über die Brücke Entschuldigung, dass ich mich die ganze Zeit